So, wieder eine neue Folge, ich habe mich eben gerade nochmal ausgekotzt, also so heftig gehustet wie möglich, aber ich merke es jetzt schon, es bringt gar nichts, absolut gar nichts, aber naja, früher oder später wird es wieder, kann ich euch versprechen. Lalalalalalalalalalalala. Ah, kacke, ist ja nass. Alles mitnehmen, egal, Nizza ist reich, die können das reparieren. Alles mitnehmen, egal. Na auf, komm ran. Na also. Vorsichtig. Ach, zu Infamous muss ich heute auch noch was drehen. Sag mal, Infamous ist ja vorbei, das ist ja schon seit zwei Wochen oder so nichts mehr, aber ich muss noch das Review machen. Also ich sag mal so, noch ein fester Abschluss, das mache ich vielleicht heute auch noch. Oh, zu schnell. Hm. Hervorragende Fähigkeitskette, so kennt man mich. Ich als Pro. 27.000 haben wir... Nein, verpasst. Ich dachte, es geht noch weiter, ich muss ja da rein. So, haben wir es gleich, 85%. Dann haben wir, glaube ich, alle vier Rennen schon gemacht, ne? Dann geht es direkt weiter. Ich habe eigentlich das jetzt so vorgehabt, ich werde mit euch die komplette Story, beziehungsweise die Autotouren und so weiter, äh, voll fortsetzen. Bis zum Finale und dann, äh, werde ich Forza waschen, äh, ja, endgültig beenden. Okay, damit haben wir dann den nächsten Sieg. Ja. Gut gemacht. Ähm. Mann. Äh. Huch. Da war ein Bug gerade. Ah, also. Ja. Wird, äh, beendet. Ich werde dann vielleicht nochmal, äh, 1, 2, 3 Videos machen im Online-Mode. Aber ich glaube, der ist nicht so geil. Glaube ich nicht. Mal schauen. So, haben wir fertig. Ne, haben wir noch nicht. Einer fehlt noch. Ein Renn. Ja, ja. Woa. Ich tue ja momentan, äh, über Steam paar Spiele downloaden. ich hab mir Steam Cards geholt, hab ich ja vorletzte Folge gesagt F1 beziehe ich darunter und Call of Duty Ghost ist dabei ups, ich bin schon vorbei so schnell geht's, wenn man labert äh, COD Ghost ist dabei, was, du spielst Call of Duty? Ich spiel auch Battlefield ich spiel beide Teile, okay Problem damit? nein, gut äh es ist zu teuer ganz einfach ich hab mir damals schon mal Ghost geholt gleich wo es rauskam für 120 Euro, ich hab mir gleich alles bestellt, was dazu kam und ich hab's direkt zurückgegeben, weil ich mit dem nicht zurecht kam aber ich hab mir gesagt, ey komm, hör auf zu labern ich rede jetzt aber ich hab gesagt, ey komm probier's einfach nochmal jetzt hab ich mir nochmal die Gold Edition geholt und ich hätte mir auch um ehrlich zu sein äh, die Dingens Version holen können die Digital, äh, Hard Hard Irgendwas Edition aber ah ja, YOLO, was soll's ich sag mal vielleicht, wenn ich mit ihm zurechtkomme dann hole ich mir auch das ein oder andere DLC vielleicht noch wenn ich mit dem Spiel nicht zurechtkomme versuche ich halt halbwegs die Story durchzuspielen und ich werde vielleicht was äh, im Multiplayer machen der letzte, äh, Shooter war ja Call of Duty Black Ops 2 war das Black Ops 2? Call of Duty Black Ops 2 ist das richtig? ich weiß es doch nicht was, du weißt es nicht? ja, ich weiß es nicht ist mir scheißegal, was du jetzt auch hältst boah, was ne geile Kurve die kann man so schön mit dem BMW fahren, glaub ich ah, Palmen oh, Parkautomat ich weiß nicht, auf alle Fälle, äh, werde ich wenn ich mit dem, äh, mit dem Waffen recht gut umkomme äh, zurechtkomme umkomme zurechtkomme, werde ich vielleicht vom Multiplayer noch was mitnehmen so als, äh, Fortsetzer für Black Ops 2 da war ich ja ab und zu mal mit dem Herr Dreamtix dabei der ist, äh, mittlerweile so ein bisschen von den ganzen Shootern abgezogen das nächste Projekt ist eigentlich, äh, Arma 3 ne, Altes Live Altes Live ist eigentlich das nächste Projekt was wir zusammen mal machen wollen äh, The Crew ist noch ein Projekt, was wir machen wollen und dann in Zukunft, wenn irgendwann mal die PC-Version kommt von GTA 5 Mann, Rockstar, macht mal hin Alter, über ein Jahr Verzug ich glaub, es geht los während in ein paar Wochen die, äh, Next Game Version für die scheiß Konsolen kommt, weißt du müssen die PC-Spieler noch bis 2015 warten während das noch alte GTA Anfang 2014 Anfang 2014? ne, 13, oder? GTA 5 ist schon eine Weile her, ne? Wann war denn der Release für GTA 5? Das war doch 2013, ne? Ende 2013 Ach, da ist schon zieh ich glaub, das war Ende 2013 aber scheißegal, es dauert einfach zu lange mittlerweile meine Fresse genauso wie The Crew, das wurde jetzt auch Richtung Weihnachten mehr verschoben Ich bin schon im Finale, du Hurensohn 6 weitere Meisterschaften ich glaub, das gibt noch ein paar Folgen, Leute Aufstoßen Na nu Wo sind denn die Credits hin? Da ist was abgeschnitten So, und knapp 7000 EP Läuft Nummer 39 Jawohl, ja Ein Freund von mir, der hat sich jetzt auch Horizon 2 geholt Blöderweise für die 360 der Ommel Jawohl, ja Das Blöde ist er hat sich halt für die 360 geholt und ich bin diesmal bin diesmal davon ausgegangen dass endlich mal diese Konnektivität zwischen 360 und 1 im Multiplayer geschaffen wird Nein, nicht! Ah, 40.000, das nehm ich gern Oh, wo wir gerade noch was trinken So Jawohl, ja Dieses, äh, fahren gegen die KI mit diesen, äh, die, äh, vier Credits bringen beziehungsweise die, äh, Ua, Profifahrer von Horizon 2, die angezeigt werden Äh, macht die Macht die wirklich Die bringen, äh, unglaublich viel Geld 50.000 Credits mindestens Oder maximal Weiß ich nicht Entschuldigung Ey, die bringen richtig viel Credits Und sind, äh, ich muss sagen Eigentlich recht einfach Also ich hab schon mehrere gefahren Ich hab alle geschlagen Gleich beim ersten Mal Also die sind nicht wirklich schwer So So Perfekt gepaart Nächste Autotour Gesamteinnahmen 1,4 Millionen Credits Geil Ich hätte nochmal das Auto wechseln sollen Kann ich das Auto wechseln? Und ich stehe jetzt am Festivalstrip Wo die Roadies alles für die heutige Preisverleihung vorbereiten Warte nochmal hin Nein Ist es so geil, das Lied Krieg ich immer Gänsehaut Ja, wie, wat Achso Mann Ich hasse meine Lunge Ne Oh, der hat alles mitgenommen Hey, du hast vollen kreativen Namen Player 518690258 Boah Ui, alles kaputt Und ein paar Moments Hey Hey, komm her Ich will dich blitzen Komm her Komm doch mal her Gangwechsel Komm doch jetzt mal her Was ist das, ein Infinity? Oder ein Tesla Tesla ist das Modell S 135 fotografierte Autos Hoffentlich kriegen wir die anderen fünf Autos auf der Autotour jetzt auch noch voll Hör, der hat mich geschoben Pung Solo X63X Mit seiner Viper So, jetzt auf die Autobahn Boah DZ-Dude Der zeitige Dude So, 128, 29 Also sagen wir mal 230 ist vorm Max Reicht doch, oder? Foxman 1973 Ist das Regengeburts hier? Oh, dunkel Was fehlt da vorne? Cyberwolf Komm her mit deinem Ferrari Alter, ist der schnell Komm mal ran, Junge Boah, jetzt hält er mit seinem McLaren da vor mir Ich glaub's nicht Ich komm an den nicht ran Welche ist das überhaupt? F12? Ne LaFerrari Oh Ein super Auto Dann kauf dir doch Nein Krieg ich gar nicht Ich hab noch nicht mal einen richtigen Führerschein Ich könnte auch querfeld einfahren Doch ich glaube, das ist keine gute Idee mit dem hier Rechts abbiegen Oh, Fischi Also es gibt echt Manchmal gibt's Leute, wo du dir denkst Wo haben die ihren Namen ausgegraben? Was ist das hier überhaupt für ein Auto? Ich hab den Den hab ich schon so oft gesehen Aber ich hab noch nie den Namen Nobel M600 Sagt mir rein gar nichts Scheint aber Nobel zu sein Badumdss Oh Gott, das will ich Zielort Boah Jawohl, ja Ja Löff doch So Wo geht's denn dann hin Das nächste Mal Äh, ich würde meine Autotour gerne weitermachen Da, Autotour starten Okay Gut, das machen wir aber dann In der nächsten Folge, nachdem ich das Foto gemacht habe Zwei Autos noch So Okay Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Und dann mal schauen, was noch zukommt, ne So, und wieder eine wunderschöne Folge von Forza Horizon 2 Ist vorbei Huch, was ist das denn Ah, ich krieg grad die Meldung Call of Duty Ghost ist gerade, äh, spielbereit geworden Also Fertig installiert Alter, mein Rechner wird grad so getreten Einfach nur Er muss aufnehmen Herunterladen Installieren Und ein Wiernscan macht er gerade Also Ich will nicht wissen, wie hart die Fistplatten gerade beansprucht werden Aber Hallo, ich hab ja über Ein über 3000 Euro System stehen Also Der muss das schaffen Also Nur der Rechner 3000, ne Es kommt dann noch Bildschirm, Konsole, Tastatur und so dazu, ne Also Ist schon recht viel Zu viel Und ein Wiernscan macht er 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 Und ein Wiernscan macht er